Die Freie klopft an meine Tür, als wenn sie noch nie dagewesen wäre. Doch auf einmal taucht sie plötzlich auf, sie holt mich raus, ich bin wie aufgetaucht. Der 28.08.2020, den werde ich auf jeden Fall mein Leben nicht vergessen. Das ist für mich eigentlich wie mein erster richtiger Geburtstag, weil damit ja die Veränderungen eingetreten sind, die ich mir schon so lange gewünscht habe. Ich weiß noch genau, wie das an dem Tag war. Ich war so emotional, nach der Spritze auch, nachdem die das gespritzt haben. Ich saß da erstmal und bin wirklich in Tränen ausgebrochen, weil da so eine Last von mir einfach abgefallen ist. Es wäre, als wären da irgendwie 10.000 Steine von mir abgefallen, weil ich wusste, jetzt habe ich es endlich geschafft und jetzt geht es in die richtige Richtung. Vor etwas mehr als einem halben Jahr bekam Luca zum ersten Mal das Hormon Testosteron gespritzt. Bis dahin hatte er einen weiblichen Körper, war innen drin aber schon immer ein Mann. Das größte Problem war immer meine Stimme, weil die halt noch sehr hoch war und die ist in dem halben Jahr schon sehr, sehr, sehr tief geworden, was mich sehr freut. Sodass ich jetzt auch am Telefon immer dann als Herr angesprochen werde, wenn ich irgendwo anrufe, wo die Leute mich jetzt noch nicht kennen. Das ist sehr cool. Vorher hat die Stimme häufig bewirkt, dass Luca dem falschen Geschlecht zugeordnet wurde. Misgendern nennt man das und das tut weh. Trotzdem hat er schon immer mit seiner Stimme gearbeitet. Er singt. Bloß vor einem halben Jahr klang das noch ganz anders. Das ist schon krass. Das ist halt eine Oktave tiefer. Ich fand meine Stimme, meine Singstimme damals schon schön. Sonst hätte ich keine Aufnahmen veröffentlicht. Aber es hat einfach nicht nach mir geklungen. Also ich habe mich selber nicht gehört, wenn ich die angehört habe. Und jetzt ist es so, dass ich mich selber höre. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, weil alles zusammenpasst. Also mein Äußeres passt jetzt einfach mit meiner Stimme zusammen. Und das macht jetzt einfach viel mehr Sinn. Vor 22 Jahren wurde Luca geboren, rein körperlich ein Mädchen. Dass das nicht sein wirkliches Geschlecht, seine echte Identität sein könnte, darüber dachte er zum ersten Mal in der Grundschule nach. Mit dem Ball unterm Arm wollte ich in Richtung Pausenhof stimmen. Und dann haben mich die Mädchen halt gefragt, ja, warum spielst du immer mit den Jungs Fußball? Mädchen spielen doch keinen Fußball. Und ich habe dann halt gesagt, ja und was, wenn ich kein Mädchen bin? Richtig belastend wurde das für Luca dann in der Pubertät. Als dann die ganzen Veränderungen eingetreten sind, die alle Mädchen voll toll fanden. Und ich fand das einfach nur ganz, ganz schrecklich. Ich bin sehr depressiv geworden, bin nicht mehr rausgegangen, habe mich nur in meinem Zimmer verkochen. Und da habe ich dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und da dann auch das erste Mal mit meiner Mama drüber geredet. Seit knapp zwei Jahren geht Luca völlig offen damit um, dass er transident ist. Seine Familie steht hinter ihm und hinter der Geschlechtsangleichung. Die waren alle ein bisschen besorgt, ob ich die Hormone denn vertrage, wegen der Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Haben sich aber trotzdem für mich gefreut, weil sie ja dann wussten, dass es in die richtige Richtung geht. Meine Oma sagt doch immer, ja deine Stimme ist schon wieder tiefer geworden. Haben wir uns schon wieder so lange nicht gesehen. Das ist eigentlich total süß. Seinen Transweg dokumentiert Luca auf Instagram. Er zeigt, was die Testosteronbehandlung mit seinem Körper macht. Für alle, die ihn begleiten. Für die, die ihren Weg noch suchen. Und auch für die, die sich vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Und so klingt meine Stimme. Für einen Tag, einen Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf Monate, ein halbes Jahr auf Testo. Aber die Hormonbehandlung macht auch was mit seinem Fühlen und Denken. Ich bin nicht mehr so, das klingt so böse, aber ich bin nicht mehr so gefühlsgesteuert. Also ich kann leichte Entscheidungen treffen. Ich bin klarer im Kopf. Und das bestärkt mich einfach in meiner Persönlichkeit. Weil ich das Gefühl habe, durch dieses Hormon, was mir die ganze Zeit gefehlt hat, endlich bei mir selber anzukommen. Noch anderthalb Jahre, dann wird Luca sich nicht mehr stark verändern. Dann hat er auch seine endgültige Stimme. Aber ein wichtiger Schritt steht bei ihm demnächst noch an. Ich lasse wahrscheinlich dieses Jahr im Sommer noch die Mastektomie machen. Das heißt, meine Brust, jetzt noch weibliche Brust, wird der männlichen Brust angeglichen in einer Operation. Ich denke, wenn das abgeschlossen ist, dann ist für mich erstmal das vorläufige Ende. Und dann werde ich gucken, ob ich noch weitere Schritte gehen möchte oder nicht. Die Hormonspritzen wird er Zeit seines Lebens brauchen. Aber das ist es ihm wert. Schon jetzt ist Luca überglücklich, er selbst zu sein. Ich bin umgeben von so unendlich viel Leichtigkeit. Es ist, als ob das Leben plötzlich nach mir schreit. Und alles ruft jetzt nach Veränderung. Ich schaue nach vorne und drehe mich nicht mehr um. Das wird Sommer.